Sie sind einer Privatdetektiv? Ohne Lizenz. Ich tue Leuten Gefallen. Im Gegenzug machen sie mir Geschenke. Also, was kann ich für Sie tun? Jemand hat meine Frau entführt. Ich habe bezahlt, aber die haben sie trotzdem am Morgen. Ich will, dass sie die finden, die das waren und sie zu mir bringen. Wer ihre Frau auch entführt haben mag, hat sie nicht zufällig ausgewählt. Sie ist beschattet worden. Die kennen ihre Gewohnheiten. Die haben das schon mal gemacht und sie werden es wieder tun. Wir haben also einen neuen Mitspieler. Ich habe sie nie angerührt. Die anderen zwei sind die, um die sie sich kümmern sollten. Die sind besessen. Das sind Monster. Keine Menschen. Wie kann ich sie aufspüren? Die Menschen fürchten sich immer vor den falschen Dingen. Sind sie erst mal im Van, sind sie nur noch Körperteile. Nein! Waren Sie schon in Situationen wie dieser? Nicht direkt. Waren Sie schon in Situationen wie dieser? Untertitelung des ZDF, 2020